Ich glaube auch, dass sie jetzt einfach weg von Teamfight gegangen sind mit Nah-Pack, also sie haben jetzt, also ich bin jetzt selber als Splitten, ne? Mit Nah und Schandler bin ich echt ein bisschen strong. Wie sehen denn die Lanes aus jetzt, die Runde? Ab Level 6 hab ich Killpush auf Nah. Habt ihr Pryor-Bot? Ich denke, wir haben Pryor-Bot. Wollen wir ja stacken Level 1? Ja, wo? Ähm, das einfach hier hin? Und ich geh irgendwie rüber oder so? Gerne. Denk dran, dass die das letzte Mal auch gecheased haben, ne? Soll ich dann aufs Tier bleiben, wenn du da rüber gehst? Ja, wenn ich schreibe, dann schab es einmal. Ah, perfekt. Ne, du kommst schon noch raus dann, sonst ob wir damit haben letztlich Level 1. Hier ist niemand von denen. Also, mich haben die nicht gesehen, ne? Naja, aber es ist trotzdem zurückgemoved, vielleicht ein Reward gestellt. Ich mein, zur Not würde ich auch einfach ein Manafloss-Deck nehmen. Hm, lass uns kurz warten. Also, Mitte sollten wir die ersten 2-3 Level-Pusher haben und dann wieder nach dem Upgrade. Wir sollten Top-Set retaken, no guys? Ne, hol dir mal Manafloss hier. Danke, Chef. Wie sieht denn unser Level 1 Top-Set aus? Können wir schon gewinnen, oder? Ich denke, also Charlie ist schon sehr OP. Aber du bist auch sehr OP. Ich bin OP, aber die haben einen Rage-Champion. Ich habe keinen Level 1 Keystone. Dann müssen wir dann nach unten, ne? Aber lass uns außen rumgehen. Also, die Temporzolle verkloppt und safe. Lass uns rumgehen doch. Ich warte mal bis 1.28. Guys, wie sieht euer Buttfly aus? Haben wir nicht, haben wir nicht. Doch, haben wir schon. Haben wir nicht. Doch nicht. Also, am Anfang nicht. Später schon. Ähm, ich flab das einfach dann, okay? Was machst du? Ich folg dir dann einfach. Ja, du folgst dir. Okay. Dann muss ich nicht aktiv für Pressure spielen, ja? Doch, doch. Eben doch. Also, wir könnten nämlich hinwenden. Also, spielen nicht zu aggressiv, aber so dass du halt move'n könntest, maybe. Okay. Na, ist noch Mist, scheint auch zu dischen. Ja, hat geliecht, hat guten Rage bekommen. Okay, er passt auch. Also, ihr müsst Botnain mich aktuell halten, wie eure Pile-Situation aussieht. Mhm. Und Mitte auch, am besten. Ja, Mitte, Mitte pusht leider gerade. Also, wir den Pile haben. Die zur Ausleiter gerade, ja. Dann werde ich einfach eure Pile skippen. Ja. Ja, wir, wir fillen ihn auch, Prime. Wird falsch eingeschützt. Kriegen die den Slowpush denn? Die sehen mich auch, oder? Die kriegen, hoffentlich gerade den Slowpush rein, ja. Okay, ja, das wird ein bisschen sehr... Die könnten nicht invaden, ja. Ich hab auch keinen Devote mehr. Ja, die werden nicht, die werden mich invaden. Die werden nicht invaden? Die werden mich hundertprozentig invaden. Ja, das wird der Hardpush, die wollen auf jeden Fall da was machen. Das heißt, auf dem Bound-Track invaden wir deren Bot-Side, okay, guys? Wie das? Wie in dem Urlaub game, dann? Aber ich werde den Bluf verschoben. Ähm, ich schlug ihn nicht. Ich schlug ihn nicht, ne? Das kann man noch nicht, ne? Das kann man noch mehr. Ich bin gerade im Pusht-Kontest, die geben uns die Position für. Ich bin auch gerade ready, vielleicht. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Talia ruft schon rein unten. Die Lulu ist auch schon weg. Die Lulu ist auch schon weg. Die Lulu ist auch schon weg. Ja, die wollen da was machen. Dann lass die Serie kennen hier. Ja, Post-Talia kann da sein, ne? Talia kann da sein, ne? Talia kann da sein, Vorsicht. Okay, das war's. Bist du dir fein? Was? Ich hab Ghost an. Ich hab noch ne Queue. Der hat Blu noch nicht genommen. Geil, guys, ihr kriegt Push. Ich hab Push auch jetzt. Ich kann jetzt reinmogen. Ja, nice. So geil. Der macht grad die Krabbe, guys. Ah, kein Flash, der macht da die Krabbe. Reinmogen, reinmogen, reinmogen. Wir können nicht reinmogen. Die Sonne ist. Okay, der macht die Krabbe nicht. Der hat Angst. Gut. Good job. Nice air. Wait, er hat das genommen? Da sind mehr da so. Okay, wir haben Flash und Ghost getradet, ne? Und wir haben sehr viel Mitte gekriegt dafür. Geil. Ich würde, also ich bin jetzt stärker als der V4. Wollt nicht. Sehr sogar. Falls der Botlane was machen kann. Ja, Serie ist Flashless. Aber ich habe auch beides haben Skills. Kann ich hier inwenden? Äh, die Talia hat das grad geworden. Lulu, Lulu, move zu dir schon. Ich kann auch noch umfahren. Ich glaube, das verlieren wir aktuell gegen Trump. Lulu wird auch höchstwahrscheinlich bei euch. Okay, siehst du unten, Norman. Ich glaube, ich habe Ace. Ich gehe nicht für die Top-Cover. Ich habe Ace. Das eine jetzt spielt kein Flash. Nein, du musst Base. Der geht gerade zur Top-Cover. Der geht gerade zur Top-Cover. Polymorph ist raus. Hände bei einer so Schock gefasst und wäre gestorben. Ich bin gar nicht. Ich bin sehr gut. Ähm, der Talia ist vielleicht oben schon, ja. Aber kein Flash. Die Botlane ist ziemlich low. Botlane ist relativ low, ja. Aber... Talia wird resetten, aber... Ich kann den nicht hängen, ne. Deswegen. Voll den Basen, oder? Nein, nein. Aber wir können den Trunner töten, der hat keinen Flash. Ja, okay. Dann move. Ja, die kannst du da zumogen. Ich... Achtung, Achtung. Ich habe nicht so Schaden. Der killt dich zuerst. Komm mal. Okay. Komm ich, komm ich, komm. Ja. Na, kein Flash. Na, kein Flash. Ja, ich gehe oben. Die Talia-Tempel noch nicht. Ich glaube, wir gehen für beide. Hat der Gnarrs Angst? Na, kein Flash. Na, kein Flash. Hast du was getroffen? Hab ja. Hab gehört. Na ja. Geh ich zur Mitte? Ja. Das ist egal, solange ich den Assis kriege, ist egal. Gut. Schön. Der ist nicht confident auf Trunnel dabei, der Kerl. Der ist terrible. Wann willst du zurückstoppen? Kannst du die nächste Web pushen, wenn du willst. Dann bräuchte ich Hilfe von... Oh, shit. Ist das nicht gerade rausgepeat? Der ist noch am Tipeen. Der tipeet jetzt gerade zurück, ne? Ich kann da nicht rein. Der hat auch den Merks geholt. Ich kann auch nicht. Also ich muss eigentlich verkehren jetzt gerade. Dann reset ich top einfach ein bisschen zuerst. Das ist besser als ein Viktor, der es droppt. Sorry. Nee. Scheiße. Aber das ist, glaub ich, tatsächlich hat das schon verkackt, glaub ich. Wir würden langsam zu dir pushen. Äh, Lulu hat Tempo. Hat Nightwans von uns? Nee, ne? Die läuft hier aus der Base. Ey, das ist gescheitend, ich. Ich hör durchziehen. Danke, ihr? Ja, musst du. Ich hör call da, Argon. Sieht gut aus. Ähm, ich könnte in der Theorie ab jetzt auf Kayn gehen. Korrigier mich, Brücke, wenn ich falsch liege. Ich... Also Redback Basin. Ne, macht nicht. Unten ist... Unten kommt Wave rein. Okay. Kann ich die nehmen, oder? Ja, kannst du nehmen. Fucked up. Ja, wir wurden, glaub ich, viermal gecancelt. Ey, was sind oben für Summoners gefallen, by the way? Er redet Pryo und kann Mitte mit Lulu kommen. Thalia ist auch missing. Thalia ist missing. Dann ist der Dragon gone. 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 Okay. Sobald ich meinen Upgrade hab in der Mitte, haben wir immer Pryometer. Dann ist ja nicht weiter. Und hier kann... Hoch Trap. Vorsichtig mit Talia um, vorsichtig mit Talia um, du, hummhhhh. Wir haben ja Vision. Haben mein Grump geklaut. Was hast du denn Grump geklaut? Sie hat meine Grump bekommen. Immer noch keine Vision auf Taliia, ja? Vielleicht einfach gebased, aber... Kann ich die Trap Cover nehmen? Ist wieder da? Nein, ich werde keine Pryo haben. Wie gehen wir mit Harald um? Ich bin um einige Schwäche als nah dafür, forscher. Also, können wir die Kappe nehmen, Freddy? Du hast Pryo, ne? Ich hab Pryo, ja. Der hat immer noch keinen Flash-Fertunnel. Der Midlander ist auch sehr weak, die hat nur eine Träne. Aber wenn ihr Blue Invade dann? Die Lulu moves gerade aus Lanes aus. Na, Pryo ist mega nah, aber keine Olds. Ich glaube, die Moven, wo gehen hin, machen die Harald schon? Harald, ja, die kann Harald moving, theoretisch. Dann Pusherabot lane. Also, was soll ich tun? Soll ich hinterhermoven oder pushen? Also, einfach bot lane. Also, nur pushen. Wir geben den eh ab. Also, wenn wir das fighten können, vielleicht finden wir bot lane move oder so. Wenn nachdem ihr Pryo habt, und ihr beide moving könnt, dann können wir Carried Contest, guys. Jetzt muss ich die Serie annehmen. Wir sind alle auf mich drauf geflasht gerade. Wir alle? Cardi, du hoch, noch du hoch. Ja, ich bin uns nix. Also, wenn, dann beide. Ich kann aber Freddy have Mitte so halten. Ich kann die Mitte auch so halten. Wir können jetzt wahrscheinlich fighten, nur? Hat der Flash? Er hat's Flash. Hat Taliyah Flash? Nein. Nein, nein, Taliyah, Lulu haben gerade geflasht. Taliyah, Lulu, Flash, Ignite. Die machen gerade Blu, dann lass sie am Blu-Kirchen, guys. Ich bin Level 6 Advantage. Ich kann nicht moving wirklich. Komm, komm, komm. Mach den Flash schnell, ihr sitzt hier auf dem Board. Ich kann moving. Komm mal. Können wir für die gehen? Wir hier. Komm mal mit Ghost. Wir hier. Ja. Go Taliyah, go Taliyah. Taliyah, low. Wir hier. Na, ist auch gleich da mit mir, genau. Heal in 4, erst wieder. Heal in 4, erst wieder. Lulu, kein Flash, Lulu. Runder, kein Flash. Siri, Mitte weg. Oh, Lulu. Na, wird Neger. Der hat Ult, der hat Ult, genau. Spielt wieder Yumi, spielt wieder Yumi. Runder, kein Flash. Dodged. Q in 2, Q in 2. Hast du den? Nice. Alter, bist du so gut, da? Siri kommt von Mitte. Siri aus Mitte. Ich sag's nochmal. Go, ey. Siri, 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 Siri. Knock-up in 2. Okay, sie ist geflasht. Wo dahinter? Er hat kein Flash, kann groß. Runder, kein Flash. Du kannst dich kehlen. Nee, nee. Du kannst dich kehlen. Wir turnen das. 5 Sekunden Cooldown. Go, go, go. Lund. On ult, on ult. Der Gäste ist zu spät, aber guck. Oh, geil. Nice, nice, nice. Ich hab auch vorhanden. Ja, die push, bitte Top-F raus. Bitte, Top-F raus. Ich muss Top-F rauspushen, ja. Bitte, Top-F raus. Ich muss Top-F rauspushen, ja. Ich werde Basen und Kriegsdoss. Ich hab 30 Waves gedoppt, aber ist gut. Und ich hab währenddessen so viel bekommen. Na, good job, guys. Ich hab nicht gesehen, dass die Ceri da rüberhüpfen kann, sonst, wenn ich wieder zusammenbleibe, ist es noch besser. Ceri-Flash, Trunnel-Flash. Ja, 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 komm gleich, komm gleich, komm gleich. Wir geben Harrod ab. Also, wir können auch fertig funneln hier noch, ne? Dann hat er schon 50 Upgrades. Kann ich die Wolf pushen? Nee, ne? Ich glaub schon. Na, ist es da. Die waren Top-Siders, kein Flash. Lass sie gar nicht. Glaubst du, ich will es kehrs nicht. Wo geh ich hier nicht auf Kayn, oder? Du kannst jetzt für das ganze Game aufhören bleiben, ja. Okay. Ich hab auch bald meine Eclipse. Drei Minuten für Form. Wird ja verhindert, dass die Mitte reinpushen können. Ja, nimm On, nimm einfach On. Ich lauf dann nach Zoffen. Wer war unten gerade, Brücken? Alia. Gut, dann können wir sie diven. Italien wird Mitte raumen und danach... So pushst du die nächste? Ah, I'm Rieus Support. Aber wir werden gegen Lulu in Ceri oben spielen, ne? Just saying. Ja, Ult in 45. Auch die können wir diven, by the way. Die waren oben, die waren oben, die waren oben. Die Ceri ist top, ne? Wir können die davon abhalten, komm. Soll ich Hard pushen? Ja, ja, Hard push. Irgendwer ist gerade durch Mitte laufen. Ich glaube, Lulu läuft doch mit durch. Wir spielen Collapse. Freddy, kannst du gleich dazu move'n? Die haben Vision hier auf mich. Ich weiß nicht, ob ich sicher folgen kann. Die können mich mit Funnel und maybe dive. Hier? Jetzt keine Diggins. Hier kommen die. Die zwei, die zwei. Talia? Wussten wir wo, Trun? Bei euch. Ich hab keinen Entwurf auf Funnel. Freddy ist ein Leben dauer. Wir können unten halten. 15 auf meine Olden. 15 auf meine Olden. 15 auf meine Olden. 15 auf meine Olden. Talia, Talia. 2 Sekunden, 2 Sekunden, 2 Sekunden. Ich hab wissen zu gut. Red buff? Ja, ich nehm alles hier. Red buff rappt das alles ab. Good job, guys. Ich verschnitte. Ich hab in 30 Sekunden. Der 2 Sekunden ist doch illegal, oder? Äh, wir kennen ja nicht. Ich hab mich zusammen. Ich hab mich da. Ich hab den Jungle in dem. Fuck is shit. Ja, ja, den Jungle. Wir sind super weiter. Nicht zu viel. Das Recht, das Erdrechte. Was mit dem Drag? Wir können auf die Zweite, ne? Lass einfach alle Camps nehmen. Solange wir in XP guter halten, ist game over. Fangen, du kann mich so ohne hier, ne? Ich sag's nur, ich kann nicht durch den Trunnel move'n. Okay. Fängt auch an Talia-Wall. Die tippet hier und will wollen. Die tippet am Tier 2, Leute. Ich glaub, die müssen, die machen grad einen Bot-Play. Kannst du, können wir das nicht verdienen? Komm einfach raus. Ich komm einfach raus. Du weibst weg. Dann kommst du Krabbe. Kommt schnell, aber wir töten hier. Kommst du Krabbe. Wenn die da... Der Jungle hier? Fällt die ganz zu move'n? Die haben Vision auf uns. Ah, vielleicht auch overplayed, oder? Wir geben Krabbe aus. Was ist mit Drake? Geben wir ab. Jetzt sind 15. Geben wir ab, ne? Ja. Wir spielen für Bot-Laden dann, okay? Wir müssen das, äh, Harold-Player verändern uns. Ich hab Eclipse. Also, die können früher oder später bei mir einfach... Wir fehlen 100 Gold auf Munson. Die wollen Bot-Fan... Äh, äh, Display machen. Harold. Wir werden Bot-Herald und, äh, und Drake damit nehmen. Können wir verteidigen? Nein. Ich glaub, also, ich kann nicht verteidigen, aber... Aber wenn ihr sehr stark seid, dann ja. Wir sind sehr stark. Wir haben keine Flash-Tests. Wir haben keine Flash-Tests. Du hast beide Thumbs. Aber, actually, der Thrill ist schon gone. Dann können wir danach Dragon nehmen, okay? Lass den Waxes canceln. Wir können die Waxes schon defenden, die hier. Die jetzige. Dann geh ich aber über, bitte. Ich hab Thumbs. Thalia hat, glaub ich, auch Thumbs jetzt. Können wir, wir müssen nach vorn laufen, ja. Den Dragon geben, den Contest'n wir, okay? What, we're not? Lass wir mal mitte gehen. Ja, careful wegen Thalia. I'm fine, ich bin fine. Ah, ich hab Thalia. Die eine ist dies. Kamerfuld, Kamerfuld. Hier rechts ist ein Trunnel, guys. Hier rechts ist ein Trunnel. Go, Trunnel. Look, 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 look. Ich bin nicht auf die Algorithmus. Face den Trunnel, Chase den Trunnel. Ja, Chase aber den Trunnel tot. Da dachte ich, er kann sich jetzt auch schon den Exhausten. Nein, der kann doch vielleicht schon mit oder so. Ey, brauchst du nicht Exhausten. Slot, ich hab nochmal geslaut. Okay, ich geh dann schon mal, ne? Dann haben wir vor, mal. Ähm, ich hab vor. Ich hab jetzt in der Besten. Aber wir nehmen kurz den, wir kennen, wir nehmen kurz den Dragon, dann können wir aus der Form anziehen. Ich muss hier mit erklären, ja, du kriegst den so. Ja, ich werde das ganze Game den Gegner raus haben, ihr habt das, ne? Mhm. Ruhig bleiben, ja. Du kannst space'n, ich hab das, glaub ich. Na, ich kann mit auf uns und die Freddy. Geil, Leute. Ich bin so stark. Ich hab jetzt auch direkt Double Tenacity. Ich hab direkt Double Tenacity. Bieten da raus, oder was ist das? Deshalb werde ich nicht gecashen in dem Game. Ja, na, Spot am TP. Die Matchen oben. Ja, ja, ja. Ich bin hoch oder top. Mit töten die direkt weiter rein? Die Matchen oben. Ich kann nur starbleiben. Ich hab noch Zeit, dass Popper starten. Ult in 45. Ja. Ich hab Form, ich renn da jetzt rein, ne? Ich renn da jetzt einfach eiskalt rein. Ich habe Ult und Kiel im Movement Speed. Oh, du bist Red Can und nicht Blue Can. Ja, ja. Ich will nicht hier. Wollte er machen, ja. Ult in 30, ne? Hat sie jetzt Ulten, glaub ich. J'tsg, 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 j'tsg. J'tsg, 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 j'tsg. Das versuchen, du zu kriegen, ergesst. J'tsg, j'j'tsg, j'tsg, j'tsg. Der hat geäht, ne? Der hat geäht, ne? Der hat geäht. Du wollt es mit Taliyah? Oh, Lulunau? Du verlierst hier? Ja, was warst? Tahliah kommt nicht? Und Taliyah komm't nicht? Guck mal, die Wafm. Du musst jetzt Partner. Mhm, hm, War nicht wie quá da? Ich muss auch einfach farmen wenn es geht. Fred, ich glaube du musst unsere Whatsapp Camps testen. Du musst gucken, dass es nicht auf den Ton geht, ich bin sehr spät. Der Player war ein bisschen intern. Ich habe jetzt wieder Ulti. Nicht überwürdig werden Leute, nicht überwürdig werden. Trend ist top. Ich werde den Gnar unten versuchen zu killen. Wenn du die Waiver nur killen kannst, ist das auch schon gut. Kannst du alleine farmen da? Ja, ne? Ja, dann tonne dich jetzt ja. Ja. Keine Ankle Break an uns gerade, ne? Ich glaube ich lasse es bei dem Flash, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt bitte mit Hexagate. Weiß jemand ob der Flash hat? Gnar hat keinen Flash, der hat gerade nicht geflasht. Doch der müsste er haben, der müsste er haben. Genau, Mitte. Weil wenn der jetzt hochwirrottiert, können wir den catchen, ja. Hier waren wir? Ja. Hier hat uns was gespottet. Talia, Trangle. Ich fake nach oben, ich glaube die wende ich nicht. Ich kann da an Farmen gehen, ne? Du kannst zurück zum Freddy, ne? Sollten wir, glaube ich. Wir haben actually null Vision topside. Das ist ein bisschen ungeil. Ja, ich kann ein Gromp farm, du kannst zurückgehen, wenn du willst. Ja, ich gehe aus der Base. Bruggebluff mal, dass wir da sind. Okay. Ja, Bruggebluff mal, dass wir da sind. Ich mach Play unten, okay? Ja, Bluff ist, die wissen das nicht. Ich mach Play unten, wir auch nach. Der Narr hat keinen Flash, ne? Kannste den Ulten, soweit er jumpt. Ich hab noch lange keinen Ult. Doch, wenn ich. Wenn er sich jetzt zeigt, ist er kein Update. Ein Flash, ein Flash. Nur sobald er jumpt. Er ist was. So, Lu kommt auch Space dazu. Lu kommt auch Space dazu. Lass mich rotieren, lass mich rotieren. Du kriegst die Wave, ne? Ja, ich hab die Wave. Wir gehen gerade in Richtung Thalia. Wer will die Catchen, fertig? Ja, ich muss topcover, ne? Ist alleine, das alleine. Wäre gut, ja. Oh, die ist hier. Wer war das? Thalia. Komm hoch zu der Brücke. Jetzt keine Ult. Ja, wir können oben, glaube ich, sogar vielleicht da töten. Ich kann den nächsten mitnehmen, Freddy. Oder? Willst du? Ja, ich würde die gerne haben, ja. Ich muss die nächste, ich muss die nächste, ich muss die nächste. Nein, du musst nicht mehr, wir diven. Ich bin super los. Niemand ist da. Ich hab Zeit mit, das zu catchen, ich hab Zeit mit, das zu catchen, wenn die da bleiben kann. Ich kann drei mehr diven, die ist fertig, fertig, fertig. Ja, die sind doch schon, die sind einfach gegangen. Wenn die gebaased kriegen wir, dann kriegen wir die Turret-Damage. Du, du ist hier. Ja, da wird... Freie nehmen wir auf den Dragon, ne? Dann freie nehmen wir den Turret. Ich muss Backbots uns da nehmen, ne? Ja. Du kannst du auch mit dem Boot, ne? Das brauchen wir nicht gerne. Ich kippe auch, ja. Ich kippe auch, ja. Ich kann nur mit weg bleiben, das ist nicht bad. Kriegst du die nicht weg? Die könnten, die könnten versuchen, vielleicht zu diven unten, ne? Das hat mir nicht zulassen. Gut, der ist alles. Der kann auch da hinmoven. Aber die Serie ist Mitte, alle Serie ist Mitte. Wir sind alle Mitte. Du kannst, glaube ich, extra oben bleiben, sogar. Ne, Ludus sind da weg, Ludus sind da weg. Also, niemand ist oben. Du kriegst vor Free Farm. Okay, Ludus sind da weg. Die fänden wir, die fänden wir, die fänden wir, die fänden. Ich glaube, ich hab Exhaustor. Das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt. Aber am Turret, am Turret fighten. Der kein Flash. Ihr move nicht, ich hol dir die Nahe. Ich glaube, das ist kein so langer guter Fight, ne? Wir sind unterzahl, auf jeden Fall. Unterzahl, unterzahl. Verlierer keinen Flash. Lass halt wirklich die Farm kriegen vor Free. Verlierer keinen Flash. Verlierer keinen Flash. Verlierer keinen Flash. Geh back to Mitte, I guess, so wie es im Mod. Okay. I'm a Champion. Nice. Andy ist auch a Champion. Nimm nur ruhig, Aguin. I don't care. Ich bin mehr als Champion. Ich hab jetzt wieder Ulti. Ich bin nur Top-Cup. Wir fighten wir Drake. Ich geh Mitte ab jetzt. Also, ich will auch durch Mitte laufen eigentlich. Ja. Lass über Mitte Drake fighten, oder? Mhm. Sollte immer das Lannis damit haben, dass Freddy den Nahe beantwortet. Und dann, ähm... Mit Thumbs aus der Mitte? Haben wir ja noch 10? Nee, der Top-Lane. Die werden Crossmappen. Na hat auch keinen Flash. Ja, ja, ja. Kann irgendjemand Solo-Dragon machen? Also, ich nicht. Ich würde sehr gerne den Cross-Map halten. Ich kann Solo-Dragon machen. Wir können einfach Bluffen kurz. Erst beantworten und danach Dragon machen. Wenn ich Exhaustor hab, ich... Ich bin jetzt auf Top-Wave sichtbar. Ich hab Ulti in 40. Und auch alle oben dann. Ich glaub, wir können jetzt... Nach der Mid-Wave machen wir Dragon. Ich glaub, Brüch, du kannst hoch. Honestly. Alright. Mit Defenden. Ich würde es heute gehen, wenn die uns hier nicht sehen. Und wir bleiben danach in Nade. Der hat immer noch keinen Flash. 19, 20 ist ein Flash. Ich hab Ulti in 20, Brüch. Vielleicht defensiv Brüch. Ja, klar. Wir müssen defensiv gehen, naja. Hier für den Turd. Der gibt den auf. Warum willst du so spielen, dass wenn die dich diven, dass ich hinter mir stehe? Wir müssen wieder Mitte verteidigen. Wir müssen wieder Mitte verteidigen. Nein, nein, nein. Du solltest einfach hinter mir stehen dann. Niemals zeigen, niemals zeigen. Wir müssen Mitte verteidigen. Ich werde jetzt hier runterrennen, wenn sie so pusht. Womit schaut euch einfach Haraldspawn. Die hat keinen Flash, ne? Kannst die Ulti, glaub ich. Actually nein, 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 nein. Geil auf da vorne. Geil auf da vorne. Gehen wir dafür? Ja, ja. Lass dich nicht bleiben, wenn die da sind, ne? Wir brauchen Hilfe top danach. Wir tankst. Ah, ich bin dead. Wir brauchen Hilfe top danach. Wir brauchen Hilfe top. Okay. Wir können dich aber traden. Ich kann jetzt pushen, ja, ne? Wenn die nicht Haraldspawn, dann können wir traden. Wenn die Haraldspawn, dann können wir traden. Wenn die Haraldspawn, dann können wir nicht traden. Ja, die müssen, die kommen. Die machen doch rum. Kann den Pillar smashen. Das ist nicht das Problem. Ich würde das um nicht spielen, Geist. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich muss mit pushen. Wer kann wohl genug was machen soll? Es ist okay, es ist okay, es ist okay. Wir trainen, wir trainen, wir trainen. Wir trainen, wir trainen. Wir trainen. Wir trainen. Das ist all gut. Ist die geflasht gerade? Ne, ne. Ne, ist sie nicht. Die hatte keinen. Ich bin jetzt gegen Funnel, sorry. Ne, du kannst gegen Funnel nichts machen. Base du danach, Argolyn? Ne, ich bin noch die Raptorzpawn. Hier, tippet jemand mitwaff. Das ist die Wege. Das ist die Seraphine in der Atalia. Sorry. Dann nur tippen. Wer soll das online-sabot raus, der Max der Gates. Okay, ich habe Anti-Shield in der Base. Ich sollte basen und mitgehen. Der Nash ist um 20, aber der Nash ist nicht so schnell. Also wenn wir jetzt einfach groupen, wir können nicht verlieren, ne? Mhm. Der Nah hat wieder Flash-Up. Ich muss nochmal base. Vor allem, Freddy, ja. Argolyn, ich glaube aber nicht, dass wir so deep gehen müssen. Wenn wir für unsere Carries pealen, dann gewinnen wir jedenfalls. Ich kann niemals deep gehen gegen Funnel, ich bin squishy. Ja, same. Freddy, du sollst nie wieder Bot sehen. Nie wieder Bot. Wir brauchen dich jetzt mit in den Fights. Okay. Also wenn du dich zeigst. Er muss nah mal rauspushen. Er muss nah mal einen Anpunkt rauspushen. Ich kann es nicht machen. Sonst bin ich Carries auf Botlane. Okay. Dann spiel mit Freddy und hol ihn ab. Nein, die Nash ist ab. Das ist mir zu riskant. Weil wir haben Hexter Gates, ich kann einfach Recon auch hinter Botlane kommen hier. Ich glaube nur Defenders aber Botlane. Also fuck it. Also On Defenders, Botlane und TP. Weil wir haben kein TP auf... Das ist Movies? Achtung, wir können dann catchen. Wir können mich catchen wollen hier bei der Transition. Wir können die Nashvision hier nehmen. Mega aufpassen, die können schon bei dir sein, ne? Den kann ein Serie, den kann Talia. Wir haben hier keine Vision im Nash, die haben keine Vision im Nash. Okay, wir schicken auch noch unten, ne? Wir müssen 0 Bühnen in den Topps, okay? Sonst kann ich noch noten. Wir können mit weiter mit Nashvac zur Nashvac. Wir können mit weiter mit Nashvac. Sobald ich einen Steins? Ne, du kannst Botblame. Du kannst Botblame. Oder wir fighten das jetzt, gerade bitte. Also wir hatten das fighten sollen. Ich werde in der Top Spin, ich kann hier nichts machen. Aber ich kann doch nicht... GoTag Nash, GoTag Nash, GoTag Nash. Also die müssen jetzt feischzschicken. Also wir fallen denen noch nicht an. Wir warten ein Check, wir warten ein Check. Ich geh von hier flanken, okay? Oh, die Heute, bitte? ich muss erstmal weg doch mal sonst kennt er mich das ist ein guter das ist ein guter ich habe ja mann hätte mann jetzt die serie serie bei den drei jahren wenn wir haben hinter die haben die da bin ich da bin ich bin ich fliegt ich hab die ps nicht zu viel tempo verschleppen ich hätte auch gesagt ich bin dann kommen wir auf die map und bereiten den drake vor leute doch mit wort sind wir gehen zu viel wort auf course ja da gehen kann man warte mal warte mal ich muss ja ich glaube ich kann mit zehn gold warten Ich habe überhaupt kein track was geflasht hat Wir haben midwaves durch warten Nein, nein, pushhardt, pushhardt, wir müssen pushen Ist das synchronized? Aber wir haben double-sweeped Das ist egal, wir haben beide Eler gemacht Wart noch für den Ja, ist gepusht Ja, ich werde in it beantworten, davor nicht, ne? Nein, 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 lass zwei in it sprayen dann Achso, ja, du antwortest nicht Drei Meter Er schon, ne? Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich krieg den in-hift Ich kann den space auf top lane gehen Ganz ruhig hierbleiben Ihr müsst Drake spinnen, 10 Sekunden Ja, ja, wir müssen Drake spinnen Mein Job ist jetzt nach zu chasen und ihr macht Drake Ich kann das schon mal anfangen, ich nehme noch einen midwave Ich traite hier nicht, ich mache hier kein open-and-nexus-angle Ich bin vielleicht Okay, hoisch Das ist scary Ich hitte jetzt Drake Ich glaube, ich kann top gehen Der hat Flash Ja, der hat doch nach CP gucken Er kann auch CP nach Portland Nein, 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 nein Ich schau hier nochmal, Luca Luca? Ja, ich bin dann Ja, ja, ich glaube ich Ich muss nicht ulten, oder? Ne Werden wir schon auch noch kommenten Ja, Tadir ulti da auch Der ist tot Wenn du nicht Wenn du nicht rauskommst Wenn du nicht rauskommst Kann die Jumi nicht raus? Actually, gleich, gleich fahren Wir können vielleicht links hier gehen Ich hab noch Ghost im Moment, aber du kannst gleich rausgehen Echt nicht? Dann ging Pelana Ja, ist ja fein Ja, ist ja fein, nice Er pusht, pusht Danke, Chef Ja, ist alles gut Alleine wechseln wir um Ich muss kurz basen Direkt hinter uns, ne? Du kannst aber Recon basen Das ist Nash Ich geh nicht allein dafür Leute, wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen, okay? Das gäbe es wirklich gewonnen Wir dürfen nicht einfach jetzt uns auseinander ziehen lassen Was wir hier am Motor gemacht haben Nein, guys, können wir am besten einfach intonar reinspielen Freddy matchtieren und wir spielen in die Nahline rein 4-1 intonar, ja, ja 4-1 intonar Haben wir noch Nash? Und noch Nash für 30, nicht mehr lange Dann können wir, ich hab keinen Topline vielleicht noch Einen Einschwub vielleicht noch, ja So, ich geh wieder mit Freddy Aber nah wird jetzt Bot gehen, ja Dann haben wir keine Zeit mehr Und wir haben Botline eine Menge Zeit noch Du werfst sehr weit weg Soll ich einfach Nah matchen? Alleine? Ja, wenn er Botline geht, kannst du machen Aber du kannst immer erst mitbev-covern Nein, nein, nicht alleine Du nimmst du mir mit Wieso? Ich glaub, dass er kann mich kennen Nein, ich glaub, dass ich kennen kann Aber es ist einfach safer Das ist so wichtig Ich kann euch doch noch nicht beiden Ich kann's für den Turm spielen, glaub ich 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 Wir gehen alle Botline Wir gehen alle Botline Hier werden die ganze Zeit Crossline Lauf mal die Wand hier ran Nice Die pushen Mitte gerade sehr aggressiv, guys Ich glaub... Also, sie haben aber keine Welt Ich würde lieber für Tower spielen, ne Ja, ich kann auch die nächste Wave Die ganzen Wir werden einfach du auch dann? Enden? Ja, ja, ich kann jetzt Wave Proxy Äh, okay Die sollen uns beantworten Aber die müssen, die müssen Botline gehen, ja Die Base-Raisen einfach, ne Die gehen wir damit um? Versuchen wir dafür zu gehen Nein, nein, lass die Fetten-Gast-Systems gewonnen Lass bitte Basen, wer Basen kann Aber jetzt ist schon zu spät Nein, nein, wir Basen, wir Basen, wir Basen Wir Basen, wir Basen Das ist super, das zu traden Wir werden aber helfen können Ja, wir können nicht Go jetzt aber Ja, wir müssen die komplette Wecker durch pushen Ich wurde gecancelt Ja, ist nicht schön Ne, wenn On-On nicht Actually, du hast TP, dann geht's maybe Ja, lass dich nicht catchen, einfach Die sind noch hier In den Busch, in den Busch In den Busch In den Busch Ja, das ist noch bad Let's go, let's go Sie sind mit TP, go Wir können Portal nehmen Ich komm von der Flanke hier und wohnen mit alle Wir sind auf Trundle, wir sind auf Trundle hier hinten Ist ja tanky, so Das ist nicht gut jetzt Nice Ahhhh Ich bin nicht auf die Algorithm Ich bin nicht auf die Algorithm Du in zwei, Freddy hat ihn glaube ich nur Hast du den, Brücken? Ja Oh, wo ich jetzt? Top lane ungefähr Top ist noch gut Hast du den? Ich verstehe immer, dass Thalia komplett 8 ist Als Juri Alter, Guys, wir haben schon gewonnen Aber das war so ein gutes Early Holy Shit Ja, das war so ein gutes Early Wir machen nächstes Mal bitte, Trundle Statt Wego Nein, 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 nein Der ist ein absoluter Noob Der wieder rumscheißt Aber mein Game ist richtig hart Das ist egal Tatsächlich Der macht nichts auf Trundle Der ist wirklich bad Alles klar, wenn das in Saritas bin ich happy Wir haben bloß das Late Game sehr schlecht beantwortet Wir haben Unicane for free durchbekommen Wir müssen halt einfach Wenn wir TP hätten Auf Viktor wäre es free Genau was Tolkien gesagt hat Also wir hätten die ganze Zeit in die Gnar Lane über mich rein spielen müssen Und dann Dann kann der Gnar nicht einfach so pushen Und wir haben kein Problem Nice Und Treffen, Guys, und Treffen Kommt und Treffen Sofort Kommt und Treffen, let's go Stuck Wasser trinken runter, komm Alles scheiße Good shit, guys Nice Schönes Game Das muss man auch nochmal aufmachen Alles Game